Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu South Park die rektakuläre Zerreißprobe. Ja, wie ihr gesehen habt, ich habe mich für ein paar Charakteränderungen entschieden. Ich habe nochmal ein neues Spiel angefangen, weil ich es einfach unwiderstehlich fand, zu sehen, wie das Spiel so ist, wenn man sich als schwarzes Kind hier durchschlägt. Mal ganz ehrlich, das letzte Spiel war schon viel witziger, wenn man es als Jude durchgespielt hat. Also, wenn man die Klasse Jude am Anfang ausgewählt hat. Deswegen, ich habe das Gefühl, mir entgeht einiges an Humor, wenn ich diese Möglichkeit hier auslasse. Und ich habe mich außerdem für ein Outfit entschieden, das ein bisschen mehr an One Punch Man erinnert. Ich habe die roten Handschuhe jetzt einfach mal weggelassen, weil ich mir gedacht habe, ach, das ist jetzt ein bisschen too much, ich wollte viel lieber so weiße haben. Ne, ein rotes Cape, wie es für einen König würdig ist. Und weiße Handschuhe, die von seiner Unschuld zeugen und nur dann ihre Farbe ändern, wenn sie mit dem Blut seiner Feinde bedeckt werden. Klingt jetzt viel epischer, als es eigentlich ist. Naja, also ich habe jetzt wieder das Passwort von... Fick. Dich. Mom. Ja, von Cartmans Untergrund gesammelt. Vielleicht sollten wir in Fransons gehen, die Kellnerin könnten was wissen. Das reicht nicht, Moskito. Wir müssen schnell handeln, bevor es die Freedom Pals tun. 100 Dollar Belohnung. Die könnte unser Superhelden-Franchise gut gebrauchen. Die Katze sieht ziemlich alt aus, vielleicht liegt sie ja tot im Straßengraben. Jungenkeit, muss ich dich daran erinnern, dass die Freedom Pals schon 100 Follower auf Instagram haben? Wir haben sechs. Uns fünf und Billy Turner und der hat rote Haare. Wir brauchen einfach mehr Follower. Aber wo sollen wir suchen? Die Katze könnte überall sein. Wir müssen uns aufteilen. Moskito, schwirr los und such die Stadtparks ab. Alles klar. Moskito schwirrt. Humankind, sieh dich in den Bäumen um. Und du checkst die Gullis, Supercrack. Supercrack. Blitzfreak, du flitzt mit einer übermenschlichen Schnelligkeit zur Bürgermeisterin und sagst ihr, wir sind dran an dem Fall. Keine Sorge, Kuhn. Verlass dich drauf. Blitzfreak wird da sein, wie der Blitz. Oh Mann, dieser kranke Humor. Ich liebe es. Ich rechne wirklich damit, dass Cartman uns permanent verarschen wird, wie er es schon sehr oft mit Token getan hat. Spiel, bitte enttäusche mich jetzt nicht. Ich habe dir eine einmalige Gelegenheit gegeben. Supercrack? Supercrack, hier Kuhn. Hörst du mich? Supercrack, scheiße, wo bist du? Ich wiederhole, scheiße, wo bist du, Supercrack? Na super. Ist jetzt das Sicherheitssystem kaputt? Was soll der Scheiß? Normalbürger haben im Kuhnversteck nichts zu suchen. Wir spielen Superhelden und du bist kein Superheld. Also, verpiss dich, okay? Wir brauchen also ein anderes Kostüm, hm? Okay, du kannst zuschauen, wie wir Superhelden spielen, solange du nicht störst. Mach dich nützlich und hol mal das The Fantasy-Gerät da drüben. Okay. Äh, ja, ich kann mich nicht bewegen. Ich wollte schon sagen, wechsle in den Untersuchungsmodus, um interessante Objekte aufzuspüren. Halte dazu L2 gedrückt. Oh, der Batman-Modus. Quasi, krass. Der Batman-Analyse-Modus. Und Cartman guckt uns die ganze Zeit so an. Äh, der steht immer noch da. Benutze L, um Objekte von Interesse zu finden. Du findest echt das The Fantasy-Gerät nicht? Superhelden benutzen den Untersuchungsmodus. Ich benutze ihn doch gerade. Du solltest doch eigentlich als Superheld wissen, dass ich den Untersuchungsmodus gerade benutze. Und davon abgesehen, ich dachte, ich bin ein Normalbürger und kein... Hast du noch nie das Kuhnrad gesehen? Ich hab noch nie jemanden so lange nach dem The Fantasy-Gerät suchen sehen. Und kein Superheld. Diese Kostüme sind genau in den Körper des Kuhn angepasst. Dafür bist du viel zu schmächtig. Schon klar. Was haben wir hier? Bringt dem Kuhn das The Fantasy-Gerät. Kann ich da gar nichts machen? Wow, okay. Ich habe immer noch meine Furzkräfte. Natürlich kann ich sie auch außerhalb des Kampfes einsetzen. Hätte ich wissen sollen. Kacke, hör auf. Warum nicht? Ey, du sollst nicht damit rumspielen. Noch einmal und wir sind alle tot. Echt? Das will ich austesten. Ach man ey, jetzt hätte ein Game-Over-Screen kommen können. Spielt. Da waren jetzt wieder verschwendete Möglichkeiten. Ah, The Fantasy-Gerät. Und guck mal, ich muss nur nicht mal den Untersuchungsmodus dafür benutzen. Was sagt das über mich aus? Wahrscheinlich nur schlechtes. Cartman würden nur schlechte Sachen einfallen. Okay. Na dann. Da ist es. Das hat ja ewig gedauert. Stefan ist die Gerät aktiv. Bip, 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 bip. Du willst also ein Superheld werden. Mit den großen Spielen. Hm. Ach, na mal sehen. Vielleicht könntest du nützlich werden. Setz dich an den Tisch, Saftsack. Was haben wir denn hier über Moskito? Oh Mann, ist das überhaupt Menschensprache? Okay. Ist das überhaupt von Relevanz, auf welchen Stuhl wir uns setzen? Direkt Cartman gegenüber oder hier so eher im Hintergrund? Hm. Die Qual der Wahl. Ach, das ist schrecklich. Kuhenkuchen. Ah, stellt beim gewählten Teammitglied eine minimale Menge Gesundheit wieder. Zugang, äh, Handtuch, jawohl. Zockerkomponenten, bla 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 bla. Ich hab hier wieder eigentlich alles eingesammelt, was ich vorher auch schon gehabt habe. Oh, ich habe vergessen, das hier noch zu ändern. Das, da hab ich nicht dran gedacht. Komm, wir sind mal... Ja, wobei, wir bleiben beim schwarzen Handy. Passt. Wurscht. Ah, das ist doch mal ein schöner Hintergrund. Herrlich. Bergenlandschaften. Kann ich nicht genug von kriegen. Okay, so, welcher Stuhl jetzt? Hm, ah, ah, es ist schwierig. Ah, auf welchen Stuhl soll ich mich setzen? Ah, es könnte das gesamte Spiel verändern. Nein, wahrscheinlich nicht. Komm, wir setzen uns gegenüber. Okay, um Superheld zu spielen? Du brauchst eine Superheldenpersönlichkeit. Dann kannst du deinen Charakterbogen auf Kunstergram ausfüllen. Hast du einen Kunstergram-Account? Natürlich. Er hat sogar seine eigene Website. Aber du bist noch nicht auf Kunstergram. Okay, ich kann ein Profil für dich erstellen. Also, seine eigenen, in Anführungszeichen. Natürlich hat er sich eine eigene erstellt. Weil du neu hier bist, stehen erst mal nur drei zur Auswahl. Speedster. Blaster. Ah, Junge. Es ist doch wurscht. Wie der einfach mal Instagram zu Kunstergram macht. Cartman? Das ist ein bisschen zu viel. Auch für dich. Brutalist? Ja, die Frage ist... Okay, Moment. So. Für den Speedster sind die Naturgesetze nicht mehr als Richtlinien. Er kann die Raumzeit krümmen und so der Gerechtigkeit auf die Sprünge helfen. Das wäre ein toller Moment für dich. Bist du aufgeregt? Ja. Brutalist. Ist ein Nahkämpfer, der sich auf Verletzungen durch Fäuste spezialisiert hat und Gegner gern mal fast in ein nahes Erdorbit befördert. Brach. Okay, Blaster. Schau nicht einfach nur zu, wie die Welt in Flammen aufgeht. Als Blaster kannst du aktiv dazu beitragen. Die starken Kämpfer können auf jeder Entfernung austeilen. Uh, okay. Also wieder mal dieses typische Krieger, Magier, Rogue. Wenn ich mir die Fähigkeiten ansehen könnte. Also da oben sehe ich ja jetzt nur so ein paar kleinere, ähm, Möglichkeiten. Ein paar kleine Icons, aber ich weiß ja gar nicht, was die bringen. Wisst ihr was? In letzter Zeit habe ich in den Spielen... ...Superheldenleben. Ich hätte etwas mehr Begeisterung erwartet. Ich bin ja begeistert. Ich bin nur vollkommen begeistert von dieser schieren Menge an Möglichkeiten, die sich mir hier bietet. Ah, es ist fast so wie in Pokémon, wenn man den Starter auswählen soll. Ah, ich kann mich nicht entscheiden. Wieso gibt es hier nicht auch eine Juden-Klasse? Verdammt. Aber natürlich dürfen Juden keine Superhelden sein. Das hätte ich von Cartman erwarten sollen. Entscheide dich doch mal. Dann erzähle ich dir was drüber und wir können weitermachen. Ist ja gut. Bist du da? Brutalist? Oder kann ich mich später umentscheiden? Geht das auch? Also in letzter Zeit habe ich ehrlich gesagt viel mehr Bock dazu... ...entweder einen Magier oder einen Rogue zu spielen. Ich glaube Magiere sind ganz nice. Das Problem ist nur... ...als Brutalist könnte ich eventuell... ...ja, geil! Ich habe geahnt, er wird noch irgendetwas Neues sagen. Ich habe es schon geahnt. Aber ganz ehrlich, eigentlich spiele ich immer am liebsten Nahkämpfer, weil die ordentlich austeilen und schön einstecken können auch. Aufgrund der Tatsache, dass dieser Charakter eine Steinhaut hat, kann man davon ausgehen, er hat eine höhere Verteidigung. Blaster! Ah, ich kann mich nicht entscheiden! Hat jemand schon mal Spasti zu dir gesagt? Blaster! Nein, aber du hast schon sehr oft Blaster zu mir gesagt. Vielleicht soll ich das ja nehmen. Brutalist? Ah, ich kann mich wirklich nicht entscheiden, Leute. Es ist wirklich die Qual der Wahl. Aber wisst ihr was? Da ich eigentlich jetzt auch schon sowieso quasi das Outfit eines One-Punch-Men anhabe, sollte ich doch eher auf Brutalist draufgehen. Come on! Brutalist? Was für ein toller Moment für Blaster, bekräftet mit großer Reichweite wie Cyclops. Ah, ja. Ein Speedster, wie der Flash oder Quicksilver. Ah, ich finde Quicksilver eigentlich geil. Achso, ich sehe da oben auch mein Kostüm. Ah ja, na ja. Das Kostüm von dem Brutalisten ist ja nicht so Bombe. Das sieht geil aus, von dem Blaster. Und die Fähigkeiten kann ich mir nicht ansehen, oder was? Ach, kommt schon. Ah, aber ich kann wenigstens sehen, welche Reichweiten die ganzen Fähigkeiten haben. Meine Fürze werden sie wegblastern. Ja, das sind alles Sachen, die viel mehr... Da muss ich immer zu den Gegnern hinlaufen. Hm, na. Also von den Outfits würde ich mich viel eher für den Speedster oder den Blaster entscheiden. Ah, aber ganz ehrlich, als Brutalist, das spricht mich erstens viel mehr an. Und zweitens bin ich später wahrscheinlich sowieso in der Lage, mein Outfit zu ändern. Von daher wurscht. Laufen wir halt als laufbare Eierfabrik rum. Ich sehe da nur Eierkartons als Rüstung, ehrlich gesagt. Nix anderes. Naja, los. Ich habe euch jetzt oft genug damit aufgehalten. Jetzt müssen wir herausfinden, welches schlimme Erlebnis dich antreibt. Weißt du, alle Superhelden haben eine ergreifende Geschichte. Durch die ihre Kräfte eine Bedeutung erhalten. Gehen wir also in deine Kindheit zurück. Hm. Ah, sogar in Comic-Stripes. Och, ich habe keinen Bock zum Spiegel zu gehen. Ich mache erstmal alles andere. Nope. Alter, ich bin hier gerade ein musikalisches Genie, das mitten... Okay, geh einfach da drüben. Nein, nicht da. Einfach. Ah, es macht so Spaß, dem Karpin auf den Sack zu gehen. Okay, komm. Du hast einsam in den Spiegel geschaut und da ist es passiert. Ein lautes Geräusch. Du warst dir sicher, dass deine Mutter um Hilfe ruft. Oh nein. Ich muss meiner Mutter helfen. Du bist das... Was ist passiert? Ja? Vor der Schlafzimmertür deiner Eltern standen zwei Einwächer. Du musstest sie aufhalten, damit sie ihm nichts antun. Und so hast du zum ersten Mal deine überwünschliche Kraft benutzt. Okay. Als Brutalist knacktest du mit den Knöcheln und machtest dich bereit. Deine Antwort war ein gezielter brutaler Schlag. Okay. Äh. Wow. Zurückgeschlagen drehte sich sein Kopf. Okay, 7% der Herr. Schwach schlug er zurück. Oh. Ah, okay. Als er schon in den Seilen hing, stürzten sich von hinten zwei weitere Schurken ins Getümmel. Also wandest du dich deinen neuen Gegner zu. Okay. Da oben die Leiste. Was bedeutet die? Wird mir Cartman sicher gleich erzählen. Na dann. Also die Quicktime-Events gibt es genauso wie... Ja, hallo? Ich würde gerne... Ich dachte, ich soll euch den neuen Gegnern zuwenden. Deine Abriss-Bürger hat sich in einem Einbruch an den anderen. Oh, ups. Ja, das Timing war jetzt nicht so perfekt. Du bist nicht mehr stark, aber du hast keine Chance gegen meine super Drogenabhängigkeit. Geiler Super-Knapp. Sie hatten dich da, wo sie dich wollten. Wir haben dich genau da, wo wir dich wollten. Oh, dammit. Das war schlecht. Okay. Und der andere bewegt sich wahrscheinlich... Was wirst du jetzt machen, Super-Held? Doch sie freuten sich zu früh. Dein Darm entfesselte eine mächtige Dröhnung. Oh Mann, das wird so genial. Okay. Und zack. Boah. Ich bin immer noch der Dover-Kenny-Penner. Scheiße, wie eklig. Ich ertrag's nicht mehr. Angewidert. Sehr gut. Auf seiner Gefährten kam der größte, hässlichste Eindringling näher. Alpha-Eindringling. Doch so reizte er nur dein tiefstes Inneres. Ultimativ. Kraftbereit. Okay. Geil. Meine L1-Kraft. Und das... Oh, lol. Yo. God of War-Style. Alter, wie geil ist das denn, bitteschön? Okay. Es ist gut, dass ich Brutalo gewählt habe. Awesome. Es schien in Ordnung, aber dann kamst du zur Tür deiner Eltern. Was du dann sahst, veränderte dein Leben und brachte dich dazu, Verbrechen zu bekämpfen. Du kamst zu spät, denn hinter dieser Tür saß dein Dad. Deine Mom-Vögeln. Welch traumatisches Erlebnis. Wow, was für eine Vorgeschichte. Du bekämpfst Verbrechen, weil du den Anblick nicht vergessen kannst. Wie dein Vater, der Mann, dem du vertraut hast. Deine Mom fickt. Und das ist das große Trauma deines Lebens. Okay. Ja, ist ein durchaus gutes Trauma für ein kleines Kind. Passt. Kostüme installiert. Okay. Kostüme installiert. Installiert. Gute Arbeit, Neuer. Oh, von Ubisoft. Yay, ich habe Ubisoft Club-Punkte bekommen. Kenn ich die Lebensberatung? Ja. Sammle auf Instagram so viele Follower wie möglich. Vielleicht darfst du dann mitspielen. Hallo Neuer, ich bin Jesus. Du hast also einen Season Pass geholt. Sehr klug. Ich habe ein paar coole Sachen in deine Spielzeugkiste getan. Amen. Wie ist Season Pass? Okay. Kostüme. Yo, 46. What the fuck? Stimmt ja, ich habe ja einige Sachen. Kann ich die Stats davon sehen? Oh, das kriege ich nur... Es ist nur exklusiv für den Ubisoft Club. Kommt schon. Ah, ich kann aber auch die Farbe ändern. Das ist nice. Hm. Soll ich meine Krone einsetzen? Nee, das passt nicht zum Rest. Wie sieht die Kleidung aus? Oh, das sieht nice aus. Das würde ich gerne anziehen. Das ist nicht schlecht. Meine Hände. Ja, ich habe viele verschiedene Handschuhe irgendwie. Ja, belassen wir es erstmal bei denen. Accessoires. Ja, ich behalte meine Brille natürlich an. Haare. Ach, die kann ich jetzt auch ändern? What the fuck? Okay. Hm. Jetzt kann ich meinen Charakter also quasi nochmal komplett umgestalten, wenn ich möchte. Na super. Okay, so. Mal. Basis Make-up. Was haben wir denn hier? Oh, Replikantenstreifen. Hat was, probiere ich aus. Akzentmake-up. Okay. Sommersprossen, passende Pickel, Wimpern, Rouge. Nee. Wir belassen es dabei. So, Charakterbogen. Dein Charakterbogen zeigt deinen Fortschritt auf deinem Superhelden-Abenteuer an. Verdiene die Titel, um deinen Charakterbogen weiter auszufüllen. Außerdem erhältst du dafür EP und der Kuhn legt dir eine Belohnung in die Spielzeugkiste in deinem Schlafzimmer. Sammeln nur 25 unterschiedliche Artefakte. Löse 20 Rätsel. Ui, es gibt Rätsel in dem Spiel. Da bin ich doch schon gespannt drauf. Okay. Machtquelle Arsch. Ja, auch geil. Heldenrang 1. Ja, wir müssen noch viel, viel stärker werden. Ja, allzu viel können wir auch bei unserem Charakterbogen noch nicht machen. Kunstogram. Hallo, Neuer. Ich bin Jesus. Du hast sie ja... Ja, genau. Stimmt. Liste der gefolgten Nutzer. Noch niemand. Okay. Ich muss für mein Team Punkte sammeln. Top Bad Guys. Okay. Cosplay neugierig. Ich habe eine super starke Ware für dich. Nice. Okay. Oh, ich habe sogar schon 50 Cent. Ich könnte mir was kaufen. Die Frage ist, was sind die... Achso, okay. Mach 5 oder Hitzewelle. Das sind jetzt die anderen Superheldenkostüme. Könnte ich mir theoretisch auch besorgen, aber... Ich spare mir mein Geld erst einmal noch auf. Oder? Kann ich was verticken? Tatsächlich. Ui. Oh, oh, oh. Aber das sind mächtige Sachen. Kann ich die nicht ausrüsten? Moment. Hier, Accessoires. Nein. Wo kann ich denn die anderen Sachen ausrüsten? Diese komische Kette und alles andere? Oder kann ich das ja später machen? Ich spiele das mal weiter. So. Dann werde ich hinausziehen, um... Oh. Okay, Leute. Lasst es mich wissen, wenn ihr da draußen eine Spur von Scrambles findet. Das ist super duper wichtig. Alles klar. Äh, die Hilfe der Bürgermeisterin haben gesagt, sie hat viel zu tun, um sich... um eine Katze zu kümmern. Tut mir leid, Kuhn. Na, dann muss der Brutalist hier eben aufräumen. Duschback. Wie ist denn unser Superheldenname überhaupt? Brutalist oder... äh... Duschback Brutalist. Ich hab keine Ahnung. Sammle Follower, indem du Leute dazu bringst, Selfies mit dir zu machen. Halte L2 gerückt, um Leute zu finden, mit denen du ein Selfie machen kannst. Okay. Mit Leuten, die ein Kamerasymbol über sich haben, kannst du ein Selfie machen. Um jemanden nach einem Selfie zu fragen, gehe zu ihm und drücke R1. Äh, ey, ey. Mann. Oh, ein Selfie. Davon hab ich mal gehört. Okay. So, wir stellen uns so hin. Stimmung, okay. Na. Macht das nicht Spaß? Hey. Komm, wir sind mal fröhlich auf unserem ersten Selfie hier. Wir müssen gute Stimmung verbreiten. Wir brauchen Follower. Wir müssen gute Stimmung verbrauchen, ist auch nicht schlecht. Macht das nicht Spaß? Ich hätte gedacht, sie würde irgendwann sagen, nimm endlich das verschissene Foto. So, zack. Neuer Follower, Miss Farnico. Yay. Oh, wunderbar. Wir sehen uns dann im Internet. Okay. Okay. Smartphone. Öffne cool Instagram, um deine Selfies anzusehen. Hashtag Country Kitchen Buffet, Hashtag Kunster Build, Hashtag Zurückverfolgt, Kunster Cool, Wahnsinn, Foto, YOLO, Arschheld, Like für Like, nice. Miss Farnicole ist jetzt ein Follower. Nur Personen, die du auf deinen Selfies siehst, werden dir folgen. Okay. Drücke 3, um dir die Personen anzusehen, denen du folgst. Kunster Gramm folgt automatisch deinen Followern. Sammle mehr Follower, um deinen Heldenrang zu erhöhen. Okay. Influencer Level 1. Ultra cool. Schau doch mal rein. Dann versuchen wir doch mal... ...ein Selfie... Wie wär's damit? Hä? Oh, Staubsaugen. Filter, okay. Ach, guck mal, so ein kleiner Retro-Chic. Ey! Ihr müsst nach dem Spielen aufräumen. Jemand hätte das ganze teure Lego einfach klauen können. Oh, scheinbar kriegen wir kein Selfie mit... ...mit... ...Cartmans Mom. Mann. Fick dich, Mom. Okay. Können wir ein Selfie mit... ...dem Kuhn machen? Das wär doch cool, oder? Jetzt zum Superheld. Zack, zack. Ach, Mann. Cartman. Also, Kuhn. Entschuldigung. Man darf einen Superhelden niemals bei seinem wahren Namen nennen. Superheldenregel Nummer 1, natürlich. Zum Glück waren wir in unserem supergeheimen Versteck... ...und es ist nochmal gut gegangen. So, ah, mit dem können wir ein Selfie machen, wie es aussieht. Sehr gut. Oh, oh. Oh, oh. Das ist einer aber ganz feiner. Oh, nö. Alter, damit meine ich Dreh um. Schon klar, ich will dich nur weiter nerven. Ah, okay. Schade. Können wir hier in die Garage rein, garantiert, oder? Was? Sie hat einen goldenen Griff? Mann, ich will da rein, hier. Ich mach nur Selfies mit beliebten Leuten. So. Ach, hi. Oh, hallo. Oh, hallo. Ich hoffe, du kannst dich besser aus Schwierigkeiten raushalten, als mein Sohn Butters. Schick ein Pyjama. Wenn du Butters siehst, sag ihm, er hat wieder Hausarrest. Oh, hallo. Standard. Ich hoffe, du kannst dich besser aus Schwierigkeiten raushalten, als mein Sohn Butters. Oh, Mann, ey. Der arme Butters, der kommt nie aus dem Hausarrest raus. Niemals. Oh, Gegengift. Sehr gut. Na, bist du auf Erkundungstour durch unser Haus? Was für ein Spaß. Zum Glück sind unsere Wertsachen sicher in unserem Schlafzimmer. Oh, so viel gesagt. Aha, der Drache hat mir verraten, wo er seine Schätze aufbewahrt. Sehr gut. Dann werde ich so gleich losziehen. So, vielleicht finde ich hier oben auch Butters und kann ihn als Companion anwerben. Wäre ja schon geil. Ach, nein. Hier ist nur die Toilette. Vitol-Zäpfchen Doppelkinn als Kostüm. Okay. Drohnen-SD-Karte. Gebetsbuch des Lagers Neue Huldi. Äh, was haben wir denn hier? Der Knopf der Verdammnis? Was ist dies für ein Teufelswerk? DVD griechisch-römisches Ringen und Taschentücher. Oh, Geld. Bibel mit Monogramm. Verhaltenskodex für Hobby-Drohnen-Piloten. So viele Schätze. Ach, gesperrt. So ein Dreck. Was, das Zimmer. Natürlich. Ach, warte. Hier können wir auch rein? Scheinbar. Tatsächlich. Ah. So, Stoffballen. Was können wir hier noch plündern? Bibel und schleimiger Zahnersatz. Hm. Das scheint es ja gewesen zu sein. Enttäuschend. Von einer Drachenhöhle hätte ich mir mehr erwartet. Also gut. Dann ziehen wir mal weiter. Hier scheint es noch nichts zu geben, was wir tun können. Oh, 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 oh. Krieg schon einen Schluck auf hier vor lauter Aufregung. Willst du ein Selfie machen? Ja. Oh, der König ist wieder da. Ich mach doch kein Bild mit jemandem, der so wenige Follower hat. Junge, ich bin der König. Zwar in einer anderen Zeit, aber wurscht. Du weißt, der König ist mein Vorfahre. Du solltest mich respektieren. Ah, was ist er? Aha. Was haben wir hier? Klebeband und Stoffballen. All it Klau. Und so viele Chin-Pokémon. Ich will sie alle haben. Ich muss sie alle sammeln. Alle Chin-Pokémon. Bye. Ich lege den Briefkästen nicht auf. Okay. Hey, du hast ihn aufgekriegt. Chin-Pokémon-Ghost-Strategiebuch. Machst du jetzt ein Selfie mit mir? Klar, leg los. Na also, geht doch. Hm. Aha, so. Noch dran zoomen. Sehr gut. Okay, ich muss noch meine Runde schaffen. Ja, okay. Zack. Postbote. Alter, dieser fröhliche Cartman, der da unten mal auftaucht. Oh Mann. Sehr gut. Okay, ich schätze, du bist beliebt genug für ein Selfie. Oh, ach. Na also. So, zack. Matty. Sehr gut. Machen die anderen jetzt auch ein Selfie? Jetzt machen die anderen auch ein Selfie mit mir? Oder muss ich dafür noch etwas beliebter werden? Das sind genug gemeinsame Freude für ein Selfie. Jawohl. Geht doch. Dann mache ich sie alle direkt hintereinander. Wenn ich schon mal dabei bin. Hey. Kevin Stowley. Nicht übel, Wunderarsch. Du sammelst schnell Follower. Weiter so. Ein paar von den Kundenfreunden erreiche ich nicht. Schau doch mal nach, was los ist. 25 Erfahrungspunkte. Sehr gut. Nächste Freischaltung. Artefaktplatz. Ah, sehr schön. Äh, ja. Okay. Kann ich mich noch bewegen? Achso, ich soll auf mein Smartphone gucken. Nutze L, um die Karte zu markieren und öffne sie dann mit X. Nutze L, um die Karte zu markieren und... Achso. Achso. Mann. So. Drücke L1, um dir die verfügbaren Missionen anzeigen zu lassen. Die Ketten von Super Craig, sprich mit Super Craig in Craigs Haus, trifft dich mit Kyle bei seinem Haus. Kollision alternativer Universen. Drücke Fierk, um dir eine gewählte Mission auf der Karte anzeigen zu lassen. Hast du eine Mission angenommen, kannst du sie mit X fest auf der Karte markieren. Du erhältst Benachrichtigungen für fest markierte Missionen, wenn du ihre Ziele aktualisierst. Oder wenn sie aktualisiert werden. Sind die beide... Hä? In dem gleichen Haus? Nee, oder? Achso. Ah, okay. Ich hätte Fierk drücken müssen. Okay. So wie es aussieht, scheint das näher dran zu sein. Also mache ich das als erstes, oder? Würde ich sagen. Batters Haus, dein Haus. Genau. Und da bin ich gerade. Okay. So. Kostüme. Gibt es was Neues? Kann ich nicht drauf gehen, oder was? Ah. Ah, Minikarte. Hallöchen. Installiert. Natürlich. Google Maps. Muss ja sein, ne? Alles klar. Sehr gut. Perfekt. Okay, ich gehe aber zuerst noch in mein Haus zurück. Denn ich habe ja angeblich sehr viele neue Sachen in meiner Spielzeugkiste liegen. Von Jesus, höchstpersönlich sogar. Also, Sachen von Jesus darf man sich natürlich nicht entgehen lassen hier. Powerpomp-Kostüm und Zwielichtlocken. Und Junior-Detektiv-Samenanalyse-Spielzeit. What the fuck? Wenn diese letzte Sache jetzt von Jesus war, alter. Nein. So, wunderbar. Dann werden wir doch mal sehen, wie wir uns hier weiter schlagen werden. Okay, wir müssen ja eigentlich in die andere Richtung, deswegen. Und in der Richtung gibt es auch einen Jungen, der noch kein Selfie mit uns gemacht hat. Den werden wir uns dann direkt noch schnappen. Na, wo ist er? Hä? Habe ich mich getäuscht? Habe ich schon mit allen Selfies gemacht? Mach denn so etwas, das ist voll gemein. Keine Spur von Scrambles im Park, aber ich habe eine Idee. Mal sehen, ob ich recht habe. Mhm. Charakterbogen. Okay. Mhm. Sammler 10 Instagram-Follower, um dir den nächsten Titel zu verdienen. Ja, Influencer gemeistert. Sehr gut. Inventar. Haben wir ein paar neue Sachen. Genau, das Gegengift. Stimmt. Kostüme. So, was haben wir hier? Neue Haare. Äh, huch. Was ist das hier? Zwielichtglocken und Powerpop. Nö. Werte, haben wir das Doppelkinn. Ach. Wohl eher ein Sackkinn. Das erinnert mich an Man in Black. Ah, Kreditkartenangebot. Hey, du. Weißt du was darüber? Irgendwie zerkratzt nachts das Auto meiner Frau. Ich kann nicht vorstellen, wer es war. Ich dachte, es wäre eins von euch Kids. Aber hier. Komm mal her. Schau dir das an. Wer auch immer das Auto zerkratzt, hinterlässt Nachrichten. Oh. Irgendwie nach einem eifersüchtigen Liebhaber. Oh. So einfach vergisst du mich nicht. Ich dachte, wir hätten was Besonderes. Ich werde allen von dir erzählen, du Schlampe. Ich will den Scheiß nicht ständig rauspolieren. Wenn du heute nach dem Kerl erwischst, der das Auto meiner Frau zerkratzt, folge ich dir auf Coonstagrand. Glaub mir, du willst mich als Follower. Ich bin hier ein hohes Tier. Fuck yeah. Ich will dich als Follower haben, Alter. Randy ist der Beste. Finde heraus, wer Randys Auto zerkratzt hat. Randy Marsh ist mein absoluter Lieblingscharakter in der Serie. Wirklich. Unangefochten. Er ist der Beste. Deswegen auf jeden Fall. So viele Amazon-Kartons. Randy. Zu viel. Viel, zu viel. Du musst nachts kommen. Dieser Wichser wartet immer, bis es dunkel wird. Okay. Gibt es diesmal einen Tag-Nacht-Rhythmus in dem Spiel? Außer wenn man die Story weiterverfolgt. Wäre nice. So. Wir werden natürlich wie immer jedes einzelne Haus hier durchkämmen. Mein Großvater wird nicht jünger, Billy. Ich brauche diese Gummis. Mensch, Billy, bist du groß geworden. Ja, willst du nicht ein Selfie mit mir machen? Ich vermisse meinen Hund Patches und sein fröhliches Sabbermaul Patches hätte mir Kondome gebracht. Ich brauche ein Gummi für mein Willi, Billy. Hast du ein Kondom? Ah, Randys Weinjournal. Na super. Hi, Pischer. Hi, Pischer. Hattest du deine Oma so angeklogen? Gott sei Dank, muss ich nicht du sein. Was willst du? Scheißhaufen. Ah, sie ist so voller Liebe, oder? Vergiss es, Scheißhaufen. Dafür hast du viel zu wenig Follower. Mein Hashtag ist glücklich ne Marke. Ah, Stans Schwester ist so voller Liebe, die sie mit allen teilt. Ist das nicht schön? Cafeteria Fresh, Titelmelodie CD und Hippie Drill Therma-Abzeichen. Hallo, ich bin Tauli, dein Spielkumpel. Oh, Gegendich-Rezept. Wenn du bei jemandem zu Hause rumschnüffelst, check immer den Kühlschrank. Es gibt immer geiles Eis im Kühlschrank, den man klebt. Das ist mir schon aufgefallen. Crafting habe ich jetzt freigeschaltet. Hallöchen. Die Crafting-App ermöglicht es dir, verschiedene nützliche Dinge mit Hilfe von Rezepten herzustellen, die du auf deinen Abenteuern findest. Okay. Gegengift kann ich sogar tatsächlich auch schon herstellen. Erfordert Crafting Rang 5. Okay. Dann stelle ich einmal Gegengift her. Das erhöht wahrscheinlich meinen Rang. Aha. Sehr gut. Alles klar. Sehr gut. Stelle zwei unterschiedliche Gegenstände her. Ja, das sollte nicht allzu lange auf sich warten lassen. Okay. Wir kommen langsam voran. Kleiner Crafter. Stank! Deine Pisser-Freunde. Stank! Ich glaube, der ist nicht zu Hause, oder? Street Warrior Actionfigur. Charakterbogen von Toolshed. Oje. Und Serum Geheimbund der Zyniker. Und er hat ein Captain America-Schild. Warum? Arbeitest du etwa mit Captain America zusammen? Heroin hält Videospiel online. Und Wendy's Schlussmachtnachricht. Och neeein! Ihre Schlussmachtnachricht aus der 20. Staffel. Och Mann. Och. Ich habe die Staffel noch geguckt, bevor ich, ähm, hier, na, Delfin-Foto aus dem Denver-Aquarium. Bevor ich hier das Spiel angefangen habe, bevor es rausgekommen ist, ach, das war einer der krassesten Momente in der Staffel, wo alle Mädchen dann ihre Schlussmachnachrichten abgegeben haben und irgendwann kam dann tatsächlich auch noch Wendy bei Stan. Und ich dachte mir so, neeein! Das hält mein Herz nicht aus. C-Körbchen Kopfbedeckung. Ja, natürlich. Das musste ja sein. Hodensack-Mantelstück auch noch. Oh, das kann ich doch aufbrechen, oder? Haha! Was haben wir denn hier? Ein Rohr, aha. Kann ich mich etwas später wieder schrumpfen? Bademode-Kalender, Männer aus der Geologie, Blockbuster-Manager-Anzeichen. Och. Gottverdammt. Warum sind so viele Türen hier verschlossen? Das gefällt mir gar nicht. Scheiß Autokorregur! Ich hab Pischer gekippt, nicht Pilschuppe! Du solltest mal aufhören zu lispeln. Oh nein, das war zu gemein. Andererseits, sie hat es auch irgendwo verdient. Ich finde die Schwester, ehrlich gesagt, auch immer geil. Sie hat auch ihre netten Momente. Vielleicht ist er ja da. Human-Kites-Basis. Ah, ich bin schon angekommen. Shin-Pokémon-Go-Strategiebuch. Moment, zuallererst Human-Kites-Garage hier durchsuchen. Ah, hier kann ich wieder eine kleine Leiter verschieben. Die Frage ist nur, was bringt das mir? Ach, Moment. Vielleicht komme ich ja da hinten an die Tasche ran. Die kann ich jetzt bestimmt plündern, oder? Haha, sehr gut. Klebeband, Kiles, Necroplastie-Foto und Stoffballen. Sehr gut. Na also. Ja, wir haben uns schon sehr viel Zeug hier zusammengeklaut. Ich hoffe, das wird sich später auch alles auszahlen. Apple-Rat, der Genies-Untersetzer und Fernbedienung. Ah, Human-Kite. So, was haben wir hier? Wiederbelebungs-Serum. Sehr schön. Und Cheesy-Poofs. Snack-Küchelchen, Tortilla, Käfe-Kaffee-Filter-Packung und Käfe. Wie komme ich auf Käfe? Meine Güte, ey. Meine Versprecher werden auch immer schlimmer. Oh, wir können uns hier sogar im Garten umsehen. Interessant. Was versteckt Human-Kite hier? Sind hier irgendwo seine Geheimnisse aufbewahrt worden? Versteckt da etwa etwas vor uns? Ja, nein. Sieht nicht so aus, als ob hier oben was ist. Schade. Aber sehr gut für das Heldenszenario umgebaut. Alles klar. Ja klar, ne? Der Human-Kite braucht natürlich auch seine eigene Landebahn. Versteht sich von selbst. Wer zur Hölle bist du? Sack, sack. Lärmsthaft? Ich schicke einen Notruf und du schickst einen neuen? Du bist so ein Arschloch-Kuhn. Tut mir leid, aber das hier ist für den Anfänger eine Nummer zu groß. Es gab eine Anomalie im Universum. Ein anderes Ich. Human-Kite aus einem Parallel-Universum ist hier aufgetaucht und macht alles kaputt. Er ist oben in meinem Zimmer. Nichts kann ihn aufhalten. Alles klar. Hm, begib dich in Kiles Zimmer. Okay. Du meinst Human-Kite. Mann. Diese verdammten Quests, die verraten den Superhelden noch ihre geheimen Identitäten. Also, nicht den Superhelden ihre Identitäten, sondern allen anderen die geheime Identität. Blech. Okay. Ich merke schon, ich sollte den Part lieber an dieser Stelle beenden, weil ich laber nur noch Schwachsinn. Und der Part ist jetzt sowieso länger geworden, als ich es mir gewünscht hätte, aber egal. Nennen wir es einfach einen kleinen Bonus-Part für euch. Also dann, vielen lieben Dank fürs Zusehen, Leute. Und hoffentlich sehen wir uns dann auch zum nächsten Part von South Park, die rektakuläre Zerreißprobe, wo wir sehen werden, was diese Anomalie in Kites Zimmer, ich meine in Human-Kites Zimmer, tatsächlich bewirkt und ob sie tatsächlich viel zu mächtig für uns ist. Wir werden uns dieser Herausforderung stellen. Na dann, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.